hey du schön dass du mit am start bist mein name ist chris wir spielen assassin's creed nein sage ich das schon wieder ich spiele natürlich halo und assassin's creed habe ich öfters gespielt und sage ich halt das immer noch sehr sehr gerne okay so nach einem gewissen konservatorium lassen sie mich raten da wollen sie auch hin bestätigt auch nicht verkehrt wir nehmen die doch ein bisschen mit der vorposten gehört uns nachdem wir etwas aufgeräumt haben machen wir also da war es noch eine ich möchte gerne einen großen damit erledigen sie wollen ihn wirklich allein schicken dr horzen wenn alle ihre arbeit tun will john nicht allein sein jetzt aber was nützt es uns ihn von team blau abzuschotten wozu die planänderung sehen sie dann davon abgesehen habe ich für die blau andere pläne und ich auch weshalb wir ihre unerwartete verfügbarkeit nutzen anderswo auszuhelfen ich entsinne mich nicht der versetzung unserer besten spartans meiner spartans zugestimmt zu haben wofür überhaupt sehen sie dann doktor auch die 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 Sehr gut. Die ist gut. Jetzt unser Vorposten. Anscheinend sind wir ganz am Rand der Insel. Auf einem Teil eines einst zusammenhängenden Bauwerks. Welche Kraft nötig gewesen sein muss, um den Ring einzureißen. War bestimmt beeindruckend. Ich verlege gerade, wo wir hingehen. Machen wir das was? Ah, okay. Das ist die Schrotflinte. Hatte ich die schon mal? Nein. Das sagt mir gerade gar nichts. Wir gehen weiter und wir möchten gerne nach dort. Wir können ja nochmal... Eine andere mitnehmen. Halt. Die will ich behalten. Die hier. Gucken, wie die hier ist. Und nach da wollen wir. Die festung, die wir am Vorposten sahen, ist direkt voraus, Chief. Die Schanze der Spaltung. Ich empfange mehrere UNSC-Signaturen aus dem Inneren. Zum Fressen bestimmte Menschen allerdings schon. Ah, da. Giuseppe, wenn Sie noch immer da draußen sind, könnte ich Hilfe gebrauchen. Wir sind auf ein Gefangenenlager der Verbanden, etwas südlich der Reverie, gestoßen. Den Transporten nach zu urteilen, haben Sie mehr als nur ein paar unserer Leute dort. Meine Crew hat zwar schon Rettungseinsätze durchgeführt, aber nicht zu einem. Ich benötige Ihre Hilfe, um sie lebend da rauszuholen. Ich brauche die Höllenspringer. Wir haben kaum noch Truppen und dürfen uns keine Fehlschläge erlauben. Wenn Sie am Leben sind und antworten können, stünde ich in Ihrer Schuld. Ich weiß, ich weiß. Mal wieder. Die Blasswerfer ist nicht meins. Stürf. Liegt hier was? Da noch so ein bisschen Waffen. Echt? Warum ist die bei denen so gut? An alle Truppen, findet und erledigt sechs Waffen. Kann ich Tränen nehmen? Wer hat euch das Kämpfen beigebracht? No! Okay. Weiter geht's. Einträglich ist der Schande der Spaltung. Das ist der Schande der Spaltung. Auf ein neues. War ein bisschen viel. Wir rufen die Mapa und gehen erstmal in eine Richtung. So. Die menschliche Plage auf diesem Ring wurde ausgelöscht Brüder. Doch ihre Überreste sind hartnäckig. Verdoppelt die Anstrengungen. Durchsucht jede Hülle, jedes Schiffswrack. Aber tötet sie nicht. Vor dem Ende verraten sie die Verstecke der anderen. Jacklock und seine Maschinen sorgen dafür. Schon bald verblasste auf dem Ring jede Spur der Menschen. Doch bis der letzte von ihnen verdilgt ist, wird euer Werk unvollendet bleiben. Die Investition in das Schild hat sich gelohnt. Verbrechen Sie sich auf. Die Kranz wird nicht fallen. Okay. Dass sie da nicht verletzt werden. Oh! Oh! Ah! Ah! Oh, was ist das? Nicht bloß rum, während er die Gefangte befreit, umköpfe. Okay. Läuft sehr gut. Da ist noch ein Lexus-UNSC-Signal in der zentralen Haftanlage. Schwer bewacht. Ach, ihr dürft nicht versagen. Ziel unterbeschossen. Mehr getroffen, brauche der Gesteller Marine. Die nehmen wir mit. Ach, schießt er auf mich. Da oben, aber schnell weg. Nein. Also noch einmal. Das ist natürlich ein bisschen langsamer mit den Teilen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel wir haben. Wir haben zwei Stück. Ich schieße los. Ich bin beschoss durch dieses Geschirks. Der ist auch weg. Ich bin psychisch. Nein. Ich bin psychisch. Nein. Ich bin psychisch. Nein. Ich bin psychisch. Das ist der Fall. Ich bin psychisch. Nein. Ist hier noch einer? Warum? Warum? Warum sind wir jetzt gestorben? Ist was explodiert? Wahrscheinlich war das das Problem. Okay. Jetzt zu unserem Freund. Diese Konsole ist mit dem Käfig verbunden. So. Gut, gut, Sie zu sehen. Zu Ihrem... Versteh meine Sorge nicht falsch, Kaidon. Niemand würde deine Wachsamkeit beim Schutz des Außenpostens infrage stellen. Dennoch ist sie unzureichend. Wir dürfen nie vergessen, was während des Krieges passiert ist. Ein einzelner Dämon erhob sich aus der Asche ihrer Welten und zwang die gesamte Allianz in die Knie. Wir haben ihn schon einmal für tot gehalten, doch wurden eines Besseren belehrt. Wir können uns nicht erlauben, diesen Fehler erneut zu machen. Sehr gut. Los, Team! Rollen Sie mich hier aus! Alles klar, Marine? Ja. Jetzt schon. Chief. Wir hielten Sie für tot. Vielen Dank. Sehr gut, da haben wir echt viele Punkte bekommen. Die Schanze der Spaltung steht nicht mehr unter Verbandenkontrolle. Damit haben wir zwei von zwei Gefängnissen geknackt. Die Marines würden den Ort sicher am liebsten niederbrennen. Aber zumindest werden hier keine Gefangenen mehr aufgenommen. Wir haben noch ein bisschen was. Ich überlege gerade, wo wir hingehen. Machen wir das noch? Und die andere Richtung machen wir dann beim nächsten Mal. Sehr gut. Weiß gar nicht, ob wir da oben waren. Ach. Doch, hier waren wir schon. Okay. Habt nichts gesehen. Ah, da ist ein Schiff. Wir gehen erst mal in die Richtung. Ich hoffe, dass sie das nicht wieder einnehmen. Wir gehen erst mal in die Richtung. Was? Was? In der Nähe sind Marines die Hilfe brauchen, Chief. Ich markiere sie. Haben wir noch dick da? Was? Ich mache das nicht so. Ich mache das nicht so. Direkt hinter ihnen, Chief. Ich mache das nicht so. Oh. Und da war es gut. Und da war es gut. Ich mache das nicht. Ich küsß dich. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich schweb die Frühstück über dieitte sich überreyst. Was ist das? Ich dachte schon. Alle Feinde erledigt. Ich glaube, wir sind sicher. Die haben gut gekämpft, nicht wahr? Sehr gut. Na los, hier lang. Okay. Okay, ich möchte einmal gucken, was wir noch zu tun haben. Hier ist noch so ein kleines bisschen. Aber, das können wir noch gerne das nächste Mal machen. Dann flitzen wir nach hier. Erledigen ihn. Und gucken uns nochmal hier hin. Und gucken uns nochmal hier um. Und flitzen nochmal nach da. Und ich frage mich, was hier, warum mir das noch leuchtet. Weil ich zwei Punkte habe und die ausgeben kann. Ich möchte aber noch ein bisschen warten, um zu sehen, was noch für eine Fähigkeit kommt. Um die dort eventuell auszugeben. Oder auf den dritten Punkt zu warten und aufs Schild zu gehen. Was ist hier das letzte, was wir nehmen können? Noch so ein paar härtere Typen. Setzen Sie sich rein. Danach kommt die Waffe. Ich meine, das ist die, die wir gerade mit haben. Ab wie viel gibt es die? 1.120 Punkten. Danach kommt der. Oder die. Cool. Und das mit geschützten. Auch fetzig. Was ist eigentlich das Maximum? 3.000. Ja, haben noch ein bisschen zu tun. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon gut unterwegs. Ich möchte mich gerne bei dir bedanken fürs Zusehen. Gerne kommentieren, abonnieren, ein paar Däumchen hinterlassen. Und beim nächsten Mal mit dabei sein. In diesem Sinne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.